Mit Sauerteig gemachtes Brot ist für mich das beste Brot, was man backen kann. Und das, obwohl da nur drei Zutaten drin sein müssen. Mehl, Wasser und Salz. Ganz richtig gehört, den Sauerteig selbst muss man gar nicht aufhören. Denn die Magie dabei kommt direkt aus dem Mehl. Jedes Mehl trägt das Potenzial in sich, mal ein Sauerteig zu werden, wenn man ihm die Chance gibt. Sauerteig ist schließlich nichts anderes als ein Mehl-Wassergemisch, in dem sich Hefen und Milchsäurebakterien tummeln, die ja beide zu den Kleinstlebewesen, auch Mikroben genannt, zählen. Man muss sie dem Teig nicht zusetzen, denn sie sind von Natur aus auf jedem Korn und damit auch in jedem Mehl. Gibt man dem Mehl Wasser zu, werden die Nährstoffe darin für die Mikroben verfügbar und sie fangen an zu fressen und sich zu vermehren. Der Begriff Sauerteig ist leider nicht ganz eindeutig. Im Handel bedeutet es meistens nur, dass eine ganz kleine Menge Sauerteig im Brot enthalten ist, um eine leichte Säure hinzuzufügen und um es viel teurer verkaufen zu können. Es bedeutet aber nicht, dass das Brot mit Sauerteig fermentiert ist. Und das wäre ja eigentlich das Wichtige gewesen. Die Fermentation passiert hingegen meistens so schnell wie möglich mit normaler Backhefe. Ich finde, das ist für die Verbraucher eigentlich eine sehr schlechte Situation, denn die Vorteile des Sauerteigs in Bezug auf Geschmack und die Haltbarkeit des Brotes sind daher bei gekauftem Sauerteigbrot oft nicht gegeben. Ein reines Sauerteigbrot ist vollständig mit Sauerteig fermentiert. Das bringt einige Vorteile mit sich. Denn Inhaltsstoffe wie Mineralien und Vitamine sind besser für den Körper verfügbar und schwer verdauliche Bestandteile werden abgebaut. Untersuchungen haben gezeigt, dass 86% der Menschen, die denken, dass die Weizen unverträglich sind, eigentlich keine Krankheit haben. Ich bin sicher, dass diese Menschen ein Sauerteigbrot wieder genießen könnten, wenn sie es mit gutem Mehl herstellen und lange fermentieren. Für mich persönlich ist der größte Vorteil von Sauerteigbroten der Genuss. Es schmeckt mir persönlich eben viel, viel besser und bringt mir deswegen mehr Freude. Auch wenn es eventuell abschreckt, die lange Fermentationszeit kann auch ein Vorteil sein. So können wir nämlich ganz bequem den Teig über Nacht gehen lassen oder über den Tag und haben so den ganzen Tag für uns. Egal, ob du deinen Sauerteig ansetzt, vermehrst oder einen Brotteig ansetzt, es werden immer die gleichen vier Phasen durchlaufen, die du auch wunderbar von außen beobachten und damit die Reife deines Teiges einschätzen kannst. Zuerst stellen die Mikroben fest, welche Nährstoffe vorhanden sind und passen ihren Stoffwechsel an. Das kannst du von außen nicht beobachten. Augenscheinlich passiert nichts. Danach folgt die exponentielle Phase, in der die Zellen die Nährstoffe zersetzen, aufnehmen, wachsen und sich teilen. Das ist auch die Phase, in der die Fermentation hauptsächlich stattfindet. Biochemisch gesehen passiert hier extrem viel gleichzeitig. Für uns ist aber insbesondere wichtig, dass Stärke im Mehl zu CO2, Zuckern, Alkohol und Säuren umgewandelt wird. Exponentiell bedeutet hierbei, dass es längere Zeit so aussieht, als würde nichts passieren und dann geht es auf einmal relativ schnell. Beobachten kannst du diese Phase ganz leicht, denn das entstehende Gas erzeugt Blasen, die wachsen und den Teig aufblähen. Es folgt die stationäre Phase, in der etwa so viele Zellen sterben wie neu entstehen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass das Nährstoffangebot knapper wird. Alles, was der Kultur besonders gut schmeckt, wurde also schon verputzt. Und außerdem, dass in der Fermentation entstandene Stoffe wie Alkohol und die Säuren das Wachstum der Mikroben etwas hemmen. Das ist auch die Phase, in der wir unseren Sauerteig zum Ansatz eines Teiges verwenden wollen. Denn die maximale Anzahl an Mikroben ist vorhanden und die Aromastoffe haben sich gebildet. Die Phase ist etwa erreicht, wenn das Volumen des Teiges nicht weiter zunimmt und sich der Geruch intensiviert. Kommt kein neues Futter ins Gemisch, fängt die Kultur an abzusterben. Auch das geht exponentiell. Das heißt, am Anfang sterben sehr viele, bis nur noch wenige übrig bleiben, die dann aber sehr lange überleben. Du erkennst diese Phase an deinem Teig, weil er aufhört Gas zu produzieren und in sich zusammenfällt. Aber keine Sorge, man hat schon aus Tonscherben aus dem alten Ägypten Sauerteige wiederbelebt. Selbst wenn er tot wirkt, braucht er also nur wieder etwas Zeit und Futter, um wieder mit Phase 1 beginnen zu können. Ein typisches Phänomen dieser Phase ist die Bildung von Karmhefen auf der Oberfläche, da diese von den Abbauprodukten des Sauerteigs leben können. Ich weiß, es sieht eklig aus und so riecht es auch, aber glaub mir, die Karmhefen sind nicht gefährlich. Sie sind ein sicheres Zeichen, dass der Sauerteig am Verhungern ist. Sie verschwinden wieder, wenn der Zyklus von vorne beginnt, was ganz einfach der Fall ist, wenn die Sauerteigkultur wieder Futter in Form eines frischen Teiges vorfindet. Den Prozess des Fütterns nennt man Auffrischen des Sauerteiges und den dazu verwendeten alten Teig bezeichnet man als Anstellgut. Ich kürze das gerne mit ASG ab. Mit Sicherheit sind Karmhefen der häufigste Grund, warum Leute denken, dass ihr Teig geschimmelt ist und sie ihn entsorgen müssen. Während Karmhefen meist weiß sind und runzlig aussehen, ist Schimmel grün, blau oder schwarz und ganz klar haarig. Wenn du dir unsicher bist, dann nimm von deinem alten Teig nur eine ganz kleine Menge von ganz unten aus dem Glas und setze damit in einem neuen sauberen Glas einen neuen Teig an. Konkret kann ich eine Messerspitze oder etwa ein Gramm Sauerteig mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser empfehlen. Willst du ganz sicher gehen, dann wiederholst du den Schritt, sobald der Teig wieder vollreif ist. Das kann aber durchaus mehrere Tage dauern, je nachdem, wie lange dein Sauerteig schon hungert und wie warm der Teig ist. Bildet sich ein normaler Sauerteig aus, war es vermutlich kein Schimmel und du kannst deinen Teig weiter verwenden. Vor allem bei Weizenteigen bildet sich bei fortgeschrittener Übergare ein flüssiger Film auf der Oberfläche, den man Fusel nennt. Er bildet sich, wenn die Säure das Glutengerüst zerstört hat und der Teig weder Gas noch Flüssigkeit halten kann. Fusel ist extrem sauer und riecht normalerweise stark nach Essig. Ich empfehle dir, auch hier deinen Sauerteig in einem größeren Sauerteig-Mehl-Wasser-Verhältnis von mindestens 1 zu 10 zu 10 aufzufrischen, da man, um luftige Weizenbrote zu backen, eher milde Sauerteige benötigt. Wenn dich interessiert, warum saure Weizenteige oft breit laufen und wie man es verhindern kann, dann abonnier gerne den Kanal und schreib mir einen Kommentar, da mache ich sehr gerne dazu nochmal ein Video. Das Besondere am Sauerteig ist, dass Hefen und Milchsäurebakterien eine symbiotische Kultur eingehen. Das bedeutet, dass sie bei etwa gleichen Bedingungen gedeihen und jeweils von den Abbauprodukten des anderen profitieren können. Da sich im Sauerteig ein sehr saures Milieu ausbildet, werden früher oder später alle konkurrierenden Keime verdrängt. Das bedeutet, dass nichts überlebt, was einen krank machen kann und auch der nervige Schimmel wird verhindert. Der wichtigste Parameter, der entscheidet, ob sich die richtige Kultur ausbildet, ist die Temperatur. Da die Hefen bei schon 45 Grad den Geist aufgeben und schon ab etwa 35 Grad stark ihre Vermehrung verhindern. Bei diesen Temperaturen können aber durchaus auch krankheitserregende Keime überleben. Beispielsweise E. coli-Bakterien, die unangenehme Darmkrankheiten erzeugen können. Merke, der Sauerteig sollte nie über 35 Grad gelagert werden. Mir ist es in meinen Anfangstagen als Hobbybäcker tatsächlich passiert, dass mir ein Sauerteig gestorben ist, weil ich ihn auf die Heizung gestellt habe. Das war offensichtlich zu warm für ihn. Bitte nicht nachmachen. Perfekt für einen Sauerteig ist eine Temperatur von etwa 27 bis 28 Grad, da sich die Hefen bei dieser Temperatur optimal vermehren. Darunter ist es kein Problem. Erfahrungsgemäß sogar bis ungefähr 4 Grad bleibt der Sauerteig aktiv, wenn auch sehr, sehr stark verlangsamt. Ganz grob kann man abschätzen, dass eine Verringerung der Temperatur um 5 Grad die Reifezeit verdoppelt. Hast du also 10 Grad weniger in deinem Teig, als im Rezept angegeben wird, musst du mit einer Vervierfachung der Zeit rechnen. In einem guten Rezept sollte deswegen sowohl die Wassertemperatur als auch die Raumtemperatur angegeben werden, bei der das Rezept entwickelt worden ist. Und man sollte sich bei dem Nachmachen des Rezeptes relativ genau an diese Temperaturen halten. So oder so, man kommt nicht drum rum, mit offenem Auge den Teig zu beobachten und abzuschätzen, ob er schon die richtige Reife für den nächsten Schritt hat. Besonders einfach ist es die Reife zu bestimmen, wenn man so einen Glasbehälter verwendet. Dann kann man durch das Glas relativ leicht die Blasen sehen und den Volumenzuwachs beobachten. Die Volumenzunahme siehst du am einfachsten, wenn du den Ausgangsfüllstand mit einem Gummi oder einem Stift markierst. Da das bei Brotteigen, die in einer Backform oder in einem Gärkörbchen gären, nicht so leicht möglich ist, muss man noch ein paar kleine Tricks dazu lernen. Grundsätzlich versucht man immer, den Teig so lange wie möglich fermentieren zu lassen, da er dann das größte Volumen bekommt und auch das stärkste Aroma hat. Wartet man jedoch zu lange, kommt der Teig in die Übergare und wird beim Backen breitlaufen. Bei Weizenteigen verwendet man zur Einschätzung der optimalen Gare den Fingertest. Dabei drückt man eine Delle in den Teig und beobachtet, wie sie sich danach verhält. Springt sie vollständig zurück, ist der Teig noch nicht reif. Springt sie gar nicht zurück oder fühlt sich der Teig fast schon flüssig an, dann ist er wahrscheinlich schon überreif und kann nur noch in der Backform zu einem guten Brot gebacken werden. Optimal ist, wenn sich der Teig weich anfühlt und die Delle zurückspringt, aber eine kleine Vertiefung zurückbleibt. Bei Roggenteigen bemehlt man am besten kräftig den Teigling und beobachtet, wie das Mehl auseinanderreißt. Normalerweise wartet man mit dem Backen, bis die Risse etwa 5 mm breit sind. Je mehr und je häufiger du backst, desto leichter wird es dir fallen, die Gare richtig einzuschätzen. Nicht nur für Anfänger bin ich ein großer Freund von Backformen, da diese auch überreife Teige verzeihen und nur ein geringfügig kleineres Volumen mit einem intensiveren Aroma wettmachen können. Glückwunsch, du hast jetzt die Grundlagen gelernt, um deinen Sauerteig besser zu verstehen. Falls es ein bisschen zu viel für dich war, dann mach dich nicht verrückt. Sauerteig kann in der Praxis ganz einfach und sorgenfrei sein, wenn du die richtigen Methodiken verwendest. Abonnier ganz einfach diesen Kanal und ich verspreche dir, dass du noch den ein oder anderen Trick bei mir lernen wirst. Psst, wenn du dir unsicher bist, ob dein Sauerteig noch gut ist, dann komm ganz einfach zu diesem Video zurück und mach den direkten Vergleich.